Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin nach zwei Monaten mal wieder nach Tschechien gefahren, nach Trudnov, die Freundin besuchen und natürlich auch Biken. Und in diesem Sinne bin ich jetzt auf den Trudnov Trails. Der erste Tag nach zwei Monaten hier, das heißt heute erst mal ganz locker mit dem blauen anfangen und werden uns dann noch steigern. Okay, Wetter ist das allerbeste. Ich habe richtig Glück. Es ist super heiß. Also ich würde sagen ab auf den Trail und Spaß haben. Also geht los. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020